Hallo und guten Morgen. Ich melde mich mal wieder aus unserer Baumschule. Jetzt im Moment bin ich bei Mama im Garten und da wollte ich Ihnen jetzt einfach mal zeigen, was man jetzt so machen kann im Garten. Es ist ja kalt, es hat heute Nacht wieder gefroren, 1-2 Grad minus. Es ist ganz schön frisch, aber die Sonne scheint. Und das macht riesen Spaß, wenn man bei so einem tollen Wetter jetzt in den Garten gehen kann. Und wir haben hier bei Mama im Garten die Stauden angelegt. Und dieses ganze braune Zeug, was ich jetzt vom letzten Jahr, was hier jetzt so steht, die sind noch schön, die kann man sehen, die Fruchtstände, die alten sind raus. Die sind rausgepickt, rausgefallen. So und das kann jetzt alles sauber gemacht werden. Das heißt also, entweder putzt man es einfach so sauber. Das ist also, was man nicht in der Hand wegkriegt, das kann man dann locker flockig mit der Schere abschneiden. Aber so eigentlich in der Regel reicht so ein bisschen zupfen, reicht das zu machen, zu sauber zu machen. Und das ist jetzt die Arbeit, die jetzt gemacht werden kann. Staudenbeete sauber machen, aber ganz langsam. Staudenbeete sauber machen.